Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 21. Februar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1166. Heute mit den folgenden Themen. You, Suunto 5 Peak, Tesla, Spatial Audio, Windows 11, Chrome OS Flex, Kampf den Pollen und irgendwo war noch was mit Outlook mit dazwischen. Ich würde jetzt aber sagen, wir starten endlich wieder mal in eine neue Episode des Geek Talk Daily Formats. Zuallererst kommen wir zu den wiederkehrenden Investiermöglichkeiten. Wiederkehrendes Investieren, eine der neuen Funktionen, die euch die App You bietet. Die App, die von den zwei grossen Schweizer Banken, der Swissquote und der Postfinance, ins Leben gerufen wurden. Was genau ihr mit diesem wiederkehrenden Investieren machen könnt. Ab 25 Währungseinheiten pro Mal könnt ihr Sparpläne aufbauen. Sei das in Aktien, sei das in Trendthemen oder auch in ETFs. Ich finde das richtig cool. Wer das auch einmal ausprobieren möchte, schaut mal in die Shownotes. Da habe ich was Kleines für euch. Alles andere gibt es zum Nachlesen. Link wie zu anderen Themen wie immer auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Aber jetzt starten wir zuallererst mit der nächsten Neuigkeit. Nämlich die Suunto 5 Peak ist im Verkauf angelangt und auch an meinen rechten Arm. Sie ist ein bisschen klein, sie ist dafür aber sehr leicht. Sie will doch über 100 Stunden mithalten. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich sie schlagen wird. Nach den ersten paar Minuten habe ich schon mal fleissig die Push-Notifications zurückschrauben müssen, weil sie doch wegen jedem kleinen bisschen, was auf meinem Smartphone passiert ist, auch auf der Uhr gebimmelt hat. Aber das ist ja immer so bei neuen Geräten. Ich bin mal gespannt. Vor allem, wenn es dann auch in Richtung dieses Sports geht, den man damit machen könnte, wenn man dann möchte. Weiter geht es, ah, natürlich, Testbericht wird in ein paar Wochen, schrecklich ein, zwei Monaten, dann auf dem podcatcher.ch-blog folgen. Und vielleicht auch mal ein Video dazu, wo ihr seht, wie ich Sport, nee, übertreiben wir es nicht. Also, Spatial Audio. Apple hat gesagt, dass das Ganze ein Hit ist bei sich auf der Plattform, sprich auf Apple Music, und dass sehr, sehr viele Hörer das nutzen. Denn die Hörerzahlen von normalen Songs, vor allem die Ersthörerzahlen, gingen deutlich nach oben. Um 20, 30, 40, teilweise sogar um 50 Prozent höher. Bei Taylor Swift, 20 Prozent waren es bei Billie Eilish. Und wer war da noch mit dabei? Nee, die Hörerzahlen von 40 Prozent. Ei, ei, ei. Auch die Beatles, die konnten bis zu 50 Prozent höhere Nutzerzahlen generieren, mit der Musikhörenden, eben mit Spatial Audio. Und das deutlich höher gesteigert als eben das Ganze bei den Lossless-Geschichten. Wobei beides ein Merkmal ist, was Apple ganz hoch nach oben treibt, bei den ganzen Musikstreaming-Angeboten. Tesla, der E-Mobilitätsanbieter, sprich der nicht nur Autos hat, sondern auch Tankstellen, hat nach einem Test im letzten Jahr jetzt die ganzen Tanksäulen in ganz Niederlanden für alle Fahrzeuge freigegeben. Damit meine ich nicht für alle Teslas, die sind ja schon immer frei verfügbar gewesen. Nee, jetzt kann jedes Elektroauto da hinfahren und sich mit Strom volltanken laden. Nicht gerade günstig, aber diese Aussage bezieht sich auf die Erfahrung, die von unseren Strompreisen her gesehen. Ich weiss natürlich nicht, wie es sonst in den Niederlanden um die Preise beschert ist. Weiter geht es mit Windows 11 und da gab es das erste gröbere Update Ende der letzten Woche. Was hat es drin? Ganz viele Kleinigkeiten und wie sagen wir bei Apple immer so schön? Ja, es sind ganz viele Kleinigkeiten, aber die runden teilweise das System ab, verbessern es und machen es ein bisschen besser. Wie das ist? Ich wollte es über das Wochenende austesten. Ich bin nicht dazu gekommen. Den Computer habe ich nach Hause genommen, aber das Update habe ich nicht anschmeissen können. Weiter geht es mit Google. Und auch die haben was für Computer, nämlich für Windows- und macOS-basierte Rechner. Ein neues Betriebssystem. Chrome OS Flex nennt sich das Ganze und ist eben ein Cloud-Betriebssystem. Warum es jetzt da neben Chrome OS noch ein weiteres braucht, wird sich zeigen. Das Ganze soll für IT-Administratoren einfach zum Nutzen und zum Warten sein. Für den Nutzer soll es toll sein, weil es schützt vor Pishing, Viren, Ransomware etc. Und Google nutzt es, weil sie eure Daten noch mehr... Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwann, wenn ich Zeit habe, werde ich mir das auf jeden Fall mal installieren und dann ein bisschen genauer anschauen. Auch installieren werde ich mir das neueste Update von Outlook. Respektiv, der Mac, an dem ich aktuell sitze, hat das schon gemacht. Und deshalb konnte ich schon vorher ganz kurz und schnell einen Blick drauf schmeissen. Als nicht wirklicher Fan vom Outlook, weil der immer so total überfrachtet war mit tausend Millionen von Knöpfen, bin ich hiervon richtig begeistert. Wie gesagt, nur ganz kurz angeschaut. Ich werde es mir ein bisschen genauer anschauen in der nächsten Zeit. Denn das Ganze ist deutlich schlanker geworden, hat weniger Knubbels und ist farbiger, freundlicher usw. geworden. Wer es nicht mag, man kann zumindest aktuell noch auf das alte Design zurückschalten. Dann haben wir... Was war da noch? Irgendwas war doch noch. Irgendwo war doch noch was. Genau, Kampf den Pollen. Ein Testbericht vom Airwida M1, den ich euch noch in die Shownotes lege, zum Anklicken reinlesen und vielleicht auch das Video aus dem letzten Jahr anschauen. Ich mag es, auch wenn es aktuell bei diesen Haseln nicht ganz so stark hilft, wie bei den Gräsern, die im Frühling kommen. Aber ich bin gewappnet, denn ich habe mir wieder so ein Teil bestellt. Ich kann nicht ohne, denn ich hasse es zu niesen. Vor allem mit der Maske an ist das was ziemlich unschönes, praktisches und un... Ja, Hatschi, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.